So wahr mir Johnny helfe. Im Hintergrund läuft eine Bassdrum und nichts als eine Bassdrum. Monoton im Dauerloop mit einer Geschwindigkeit von etwa 128 Beats per Minute. Kein Bass, keine Melodie. Nur immer wieder diese eine Bassdrum. Die Sonne scheint durchs offene Fenster in das zugemüllte Zimmer. Den eigentlich ganz ansehnlichen Dielenboden treffen die Strahlen nicht. Er ist bedeckt mit schmutzigen Klamotten, leeren Flaschen, Pizzaschachteln, schmutzigem Geschirr und zerknüllten Taschentüchern. Was wohl gerade die anderen machen? Ob die immer noch auf dem Fusion-Gelände sitzen und saufen? Und Ilse und Nadja? Wie weit die mit ihrer Mitfahrgelegenheit wohl schon gekommen sind? Mensch, ich hatte mal wieder Sex. Wurde auch echt mal wieder Zeit. Die Bassdrum klingt scheiße. Aber ausgerechnet mit Ilse? Ob das so eine gute Idee war? Durch die Drehung an einem Regler auf dem Monitor meines Rechners bekommt die Bassdrum ein wenig mehr Tiefe und wummert ansonsten unbeirrt weiter. Was war das eigentlich schon wieder für ein Wochenende? Und was war das eigentlich mit Marie? Ich verstehe sie wirklich nicht. Ein leichter Windhauch findet seinen Weg durch das nach wie vor geöffnete Fenster. Im Inneren des Zimmers raschelt ein bis zum Rand gefüllter Müllsack. Die Bassdrum klingt immer noch scheiße. Zwei, drei Mausklicks und die Bassdrum wird durch eine andere ersetzt. An der Geschwindigkeit des Loops hat sich nichts geändert. Ob ich Marie überhaupt noch anrufen sollte? Und was war das mit Ilse? Mensch, ich hatte mal wieder Sex. Wurde auch echt mal wieder Zeit. Durch die Drehung an einem Regler auf dem Monitor meines Rechners bekommt die Bassdrum ein wenig mehr Tiefe und wummert ansonsten unbeirrt weiter. Wenn alle von der Fusion wieder zurück sind, gibt es in der Stadt bestimmt gleich wieder ein schönes Open Air. Ich könnte gerade schon wieder eine Nase ziehen. Habe ich Marie und Tilly eigentlich das Geld für die Drogen gegeben? Wie viel habe ich überhaupt eingenommen? Ob ich wohl ein Plus eingefahren habe? Ein Vogel fliegt knapp am offenen Fenster vorbei. Er landet auf einem Baum ganz in der Nähe. Die Szene gäbe trotz strahlendem Sonnenschein einen eher trostlosen Film ab. Allein schon wegen der extrem schäbig klingenden Bassdrum im Hinter oder doch wohl eher Vordergrund. Es lief doch alles super und dann kippt es irgendwann mit Marie. Wenn ich nur wüsste, wodurch das ausgelöst worden war. Zwei, drei Mausklicks und die Bassdrum wird durch eine andere ersetzt. An der Geschwindigkeit des Loops hat sich nichts geändert. Mensch, ich hatte mal wieder Sex. Wurde auch echt mal wieder Zeit. Nur ausgerechnet mit Ilse. War das eine gute Idee? Draußen fährt ein Lieferwagen vorbei. Er hat vermutlich Flaschen geladen. Zumindest klingt es so, als er über das Kopfsteinpflaster brettert. Jetzt baden gehen wäre nicht schlecht. Aber allein? Die Bassdrum klingt schon wieder scheiße. Durch die Drehung an einem Regler auf dem Monitor meines Rechners bekommt die Bassdrum ein wenig mehr Tiefe und wummert ansonsten unbeirrt weiter. Boah, so viele fliegen in meinem Zimmer. Ich sollte unbedingt mal wieder aufräumen. Oder zumindest den scheiß Müll rausbringen. Dieses Zimmer geht mir echt auf den Sack. Wann wohl die anderen wieder von der Fusion zurückkommen? Tilli-Treffen wäre jetzt cool. Zwei, drei Mausklicks und die Bassdrum wird durch eine andere ersetzt. An der Geschwindigkeit des Loops hat sich nichts geändert. Eins, zwei, drei, vier fliegen allein schon hier am Fenster. Warum kriege ich es eigentlich nie hin, zumindest ein klein wenig Ordnung zu halten? Wo sind denn meine Kippen? Ach hier. Erstmal eine rauchen. Der zartblaue Rauch zieht am Monitor vorbei in Richtung der Fliegen. Sie lassen sich davon in keinster Weise beirren und bleiben einfach sitzen. Die Bassdrum klingt immer noch scheiße. Neulich las ich was von einem sogenannten depressiven Schreibtisch. Der würde das Innenleben seines Besitzers widerspiegeln. Wenn dem so ist, ist es um meinen Gemütszustand nicht besonders rosig abbestellt. Habe ich gerade abbestellt gedacht? Hallo Herr Freud, ich möchte meinen Gemütszustand abbestellen. Der taugt nichts mehr. Durch die Drehung an einem Regler auf dem Monitor meines Rechners bekommt die Bassdrum ein wenig mehr Tiefe und wummert ansonsten unbeirrt weiter. Mal wieder Sex war auf jeden Fall gut. Vielleicht sollte ich ab und zu weniger emotional sein und dafür mehr One-Night-Stands haben. Ach, wer weiß. Vielleicht sähe dann zumindest mein Schreibtisch etwas besser aus. Wenn es wenigstens ein echter Schreibtisch wäre und nicht nur ein alter, ausrangierter Küchentisch. Ob das mit dem depressiven Schreibtisch überhaupt für Pseudo-Schreibtische wie meinen gilt? Ich sollte mal im Internet gucken. Finger hasten über die Tastatur des Rechners. Sie geben bei Google die Suchbegriffe Schreibtisch und Psyche ein. Die Bassdrum klingt, wie sollte es auch anders sein, nach wie vor scheiße. Eventuell sogar ein klein wenig beschissener als zuvor. Der erste Link führt zu einer Seite mit dem meiner Lage angemessenen Titel Karrierebibel und der vielversprechenden Überschrift Arbeitsplatte, Schreibtischtypen und was sie verraten. Darunter wird eine Verhaltenspsychologin zitiert, die festgestellt hat, dass sich das Gros auf sechs typische Schreibtischformen und damit sechs Persönlichkeiten kondensieren lässt. Erstens, die Funktionsfläche, der Kontrollfreak. Zweitens, das Oberflächenchaos, der liebenswerte Workaholic. Drittens, der Schautisch, der kreative Kopf. Viertens, die Gedenktafel, der aufgeschlossene und kontaktfreudige Charakter. Fünftens, die Repräsentantenplatte, die professionelle Maske. Sechstens, der Trophäentisch, der Tisch eines Anführers. Wenn man leere Einwegkaffeebecher, die mühsam mit Kippenstummeln wieder aufgefüllt wurden, als Dokument vergangene Erfolge verbuchen könnte, wäre ich vermutlich der Trophäentisch-Typ. Ist aber wohl eher nicht so. Am ehesten sieht es hier noch nach Oberflächenchaos, also Typ 2 aus. Yeah, ich bin flexibel einsetzbar und ein brillanter Kopf. Habe ich doch immer gewusst. Hallo Mutter, siehste, hier steht es schwarz auf weiß. Du hast einen Schlaumeier zum Sohn und nicht wie angenommen einen faulen Taugenichts und tu nicht gut. Ich sollte ihr den Weblink mit einem Foto von meinem, naja, Beinahe-Schreibtisch schicken. Eventuell mit der Bildunterschrift, hier arbeitet ein nach wissenschaftlichen Kriterien nachweisbar kluger Kopf. Seien sie also stolz auf die Frucht ihres Leibes, diesen glatten Sechser im Lotto der Nachfahrenschaft. Aus ihm wird einmal ein ganz großer werden. Aber was ist nun mit der Formulierung depressiver Schreibtisch? Ich dachte, das wäre ein feststehender Begriff. Egal. Zwei, drei Mausklicks, das Internetfenster ist wieder geschlossen und die Bassdrum wird durch eine andere ersetzt. An der Geschwindigkeit des Loops hat sich nichts geändert. Die Asche der Zigarette hat sich auf Tastatur und Schreibtischplatte ausgebreitet. Ach Scheiße. Vergessen abzuschütteln. Egal. Durch die Drehung an einem der Regler auf dem Monitor meines Rechners bekommt die Bassdrum ein wenig mehr Tiefe und wummert ansonsten unbeirrt weiter. Die Fliegen haben ihren Standort gewechselt. Ob es am Rauch lag, ist im Nachhinein nicht mehr festzustellen. Ein ziemlich starker Windstoß bahnt sich durch das offene Fenster seinen Weg ins Zimmer. Diesmal rascheln neben dem Müllsack auch die Ecken der Tapete. Die hingen schon beim Einzug von der Wand. Die kühle Brise wirkt belebend auf der schweißgetränkten Haut. Mensch, diese scheiß Bassdrum raubt mit dem letzten Nerv. Wann kommen außerdem die anderen endlich wieder zurück? Teli könnte mich ruhig mal anrufen und Ilse auch. Ob die wohl mittlerweile zurück in Darmstadt ist? Mensch, Mensch, da redet man ewig kein Wort miteinander und landet nach dem ersten Wiedersehen zusammen in der Kiste. Das verstehe ich zwar nicht so ganz, aber schön war es auf jeden Fall. Das mit Marie lässt mir allerdings keine Ruhe. Wir haben uns doch blendend verstanden und zusammen echt Spaß gehabt. Und plötzlich ist alles wieder ganz anders. Wer soll denn sowas verstehen? Verwirrung Galore. Mensch, Teli, du musst wieder herkommen und dir die ganze Scheiße anhören. Dann musst du irgendwas Sinnvolles dazu sagen oder mit mir irgendwelche schlimmen Drogen nehmen und sitzreifend bis zum Abwinken. Wie sagte Herr Schulgi neulich so schön? Du bist nichts, dein Zustand ist alles. Oder so ähnlich. Die Bassdrum scheint immer beschissener zu klingen. Durch die Drehung an einem Regler auf dem Monitor meines Rechners bekommt die Bassdrum ein wenig mehr Tiefe und wummert ansonsten unbeirrt weiter. 128 BPM. Da seit längerem kein Windhauch mehr durchs Fenster weht, wird die Hitze immer unerträglicher. Der Schweiß scheint literweise zu fließen. Diese Scheißschwitzerei. Man könnte den Schweiß in Flaschen abfüllen und als Getränk nach Afrika schicken. Ach nee, ist ja Salz drinne. Zu nix nütze dieser Scheißschweiß. Obwohl, Nudeln könnte man darin kochen. Wäre bestimmt saumäßig eklig. Liebe Gäste, ich präsentiere Ihnen nun das Hauptgericht. Nudeln mit Tomatensauce. Gekocht im Schweiße meines Angesichts. Dazu ein gepflegtes Glas wohltemperierten Eigenurin. Lassen Sie es sich schmecken und ich will keine Klagen hören. Ein Feuerzeug klickt und eine weitere Zigarette wird angezündet. Der Versuch, den Rauch in Ringen auszupusten, scheiterte kläglich zum Soundtrack einer wirklich mies klingenden Bassdrum. Seien wir ehrlich. Jede weitere Drehung an einem Regler auf dem Monitor meines Rechners wäre ein Akt höchster Sinnlosigkeit und somit reine Zeitverschwendung. Die Bassdrum würde dadurch vermutlich etwas mehr Tiefe bekommen, aber mitnichten angenehmer Klingen. Und überhaupt, eine andere Geschwindigkeit als 128 BPM würde ihr gewiss auch ganz gut zu Gesicht stehen. Das konnte so nicht weitergehen. Ich bekam hier nichts auf die Reihe. Ich brauchte echt langsam mal einen Plan. Mal wieder Sex gehabt, hin oder her. Was half es? Nix. Null. Nada. Und diese ganze Raverei. War zwar geil, aber ich musste auch mal wieder was Sinnvolles zustande kriegen. Hier in Berlin klappt das echt nicht. So bekam ich nie den Kopf frei fürs Musizieren. Fuck. Echt jetzt. Scheiße. Ich wusste wirklich nicht mehr weiter. Nachdem ich mir am Spätkauf vor der Tür unseres Hauses einen kalten Eistee gekauft hatte, kam mir der rettende Einfall. Johnny Weltraum. Mit Johnny hatte ich in den 90ern in einem kleinen Dorf in der Nähe von Darmstadt zusammengewohnt und er war einer der Menschen, die mir, damals noch mit einem alten Atari ST und einem Sampler beibrachten, elektronische Musik zu machen. Ich kannte niemanden, der sich so gut mit Sound-Synthese auskannte wie er, weshalb ich umgehend mein Handy aus der Hosentasche hervorkramte und im Telefon nachschaute, ob ich überhaupt noch seine Nummer hatte. Als ich sie fand, war ich erleichtert und drückte sofort die Wahltaste. Hei Thorson, erschallte es in freudigem Tonfall durch den Hörer. Lange nichts von dir gehört. Wie geht's dir denn so? Soweit ganz gut. Und dir? Ach, ganz okay. Wo wohnst du denn mittlerweile? In Erfelden bei Darmstadt. Dort habe ich mir ein kleines Studio eingerichtet. Aber sag, was verschafft mir die Ehre deines Anrufs? Ich habe ein kleines Problem. Um ehrlich zu sein, so klein ist es gar nicht. Ich bin gerade dabei, ein neues Egotronik-Album aufzunehmen. Oder besser gesagt, ich sollte dabei sein, komme aber nicht richtig voran. Ich schaffe es einfach nicht, mich richtig zu konzentrieren und außerdem fehlt mir die nötige Disziplin, um allein zu Hause konsequent zu arbeiten. Deshalb habe ich folgende Frage. Könntest du dir vorstellen, mir beim Produzieren etwas unter die Arme zu greifen? Aber selbstverständlich. Geile Sache. Wann willst du kommen? So bald wie möglich. Mir rennt sowieso schon die Zeit davon und ich weiß nicht, wie ich das alles rechtzeitig fertig kriegen soll. Ey, Torsohn, überhaupt kein Problem. Ich habe eh Zeit. Du kannst also jederzeit hier antanzen. Oh Mann, Johnny, du bist echt meine Rettung. Ich schnüre mein Bündel und suche mir für morgen eine Mitfahrgelegenheit. Ich werde dann spätestens morgen Abend bei dir, okay? Alles klar. Sag mir Bescheid, wann du ankommst, damit ich dann auch da bin. Ich freue mich. Scheiße, Alter. Du weißt gar nicht, wie sehr du mir gerade aus der Patsche hilfst. Bis morgen dann. Bis morgen. Ich war unfassbar erleichtert, hatte ich doch so gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Erstens. Ich hatte einen exzellenten Produzenten aufgetan, mit dem es mir mit Sicherheit gelänge, rechtzeitig ein gutes Album abzuliefern. Zweitens. Dieser Produzent war ein sehr guter Freund, den ich schon lange nicht mehr gesehen hatte. Es tat sich also die überraschende Möglichkeit auf, unsere Freundschaft wieder zu vertiefen. Drittens. Der Freund und Produzent wohnte in einem kleinen Dorf in der Nähe einer extrem langweiligen Stadt, was so viel bedeutete wie keinerlei Ablenkung durch allzu verlockende Techno-Veranstaltungen und keinen ungebremsten Zugang zu Rauschmitteln aller Art. Ich schnappte mir einen Rucksack und packte einige Shirts, eine Hose zum Wechseln, ein paar Unterhosen, Socken und eine Zahnbürste ein. Mehr würde ich nicht brauchen. Dann suchte ich mir auf mitfahrgelegenheit.de einige Fahrten aus, die in Frage kämen und rief sofort Tillmann an. Er sollte die frohe Kunde und die damit einhergehenden Veränderungen als Erster erfahren. dann geht es um die Schrift. Vielen Dank.